Guten Abend, meine Damen und Herren, im Namen des Alpebi Austria heiße ich Sie herzlich willkommen zu den internationalen österreichischen Meisterschaften und dem Talente-Cup 2011. Ich möchte jetzt das Mikro übergeben an den Präsidenten der Alpebi Austria, Herrn Dr. Wolfgang Schober. Dankeschön, Herr Mag. Schwart. Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, hier bei den internationalen österreichischen Meisterschaften beim Talente-Cup 2011 hier in Sankt Völten. Besonders begrüßen möchte ich in unserer Mitte den Herrn Bürgermeister der Sportstadt Sankt Völten, Herrn Mag. Matthias Stadler. Ihm zur Seite sein Sportstadtrat, Herr Martin Fuß. Mein Dank gilt auch an sämtliche Sponsoren, die Sie hier auf der Seite mit Transparenten sehen. Und mein ganz besonderer Dank gilt Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, nämlich den Athleten und Athletinnen, die von zum Teil sehr weit hergereist sind. Wir haben Athleten aus der Tschechischen Republik, wir haben Athleten aus Deutschland, wir haben Athleten aus der Slowakei, wir haben Athletinnen aus Island. Eine unglaublich weite Reise wurde hier gemacht, dass hier die Athleten kommen und aus unserem Nachbarland Ungarn. Freut es uns ganz besonders, hier Athletinnen und Athleten begrüßen zu dürfen. Sie haben ihr Rest erst gegeben. Bitte heißen Sie sich hier willkommen mit einem ganz kräftigen Applaus. Dankeschön. Applaus Meine Damen und Herren, warten wir nicht länger, machen wir Sport, lassen wir unsere Athleten ihre Arbeit machen. Herzlichen Dank, ladies and gentlemen, thank you very much. Let's have a good competition, alright? Thanks a lot. Meine Damen und Herren, Sie dürfen die Athleten ranfeuern. Die Athleten Die Athleten Vielen Dank. Als sie fragt, meint ich, wenn ich weiß, dann schreibe ich die Worte auf, dann schreibe ich mich von mir, dann schreibe ich die Worte auf. Dann schreibe ich mich aus, dann schreibe ich mich aus. Dann schreibe ich mich aus, dann schreibe ich mich aus. Danke, Manuel! Musik Halter turn to the rear, please. Halter turn to the rear, please. Halter turn to the rear. Halter turn to the right, please. Christian verzichtet auf die Chance, aber zu vielen wünschen Frauen abgebildet zu werden. Oder noch nicht? Christian stellt sich zu der Trauer für die Siegapontos. Christian, du bist auch schon einmal elegant da runter gestartet. Das ist wirklich schwer bei den Frauen, da gut abzuschneiden, eine gute Figur zu machen. Danke, Christian. Ich danke den Damen, der Bikini-Christin Christian Studier from Iceland. Vielleicht zur Information, Frau Christian Studier ist mittlerweile dreifache Mutter, 45 Jahre, hat heuer Arnoldsklassik-Finalistin gemacht, ist fünfte geworden, war fünfte bei der Masters-WM, eine absolute Top-Athletin hier in Sankt-Pölten. Schön, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.